Liebe Lu, liebe Freundin, liebe Cuisine, liebe Schwester und liebe Geliebte, ich wünsche dir einen ganz guten Start in Brasilien und ich bin ein bisschen traurig, dass wir uns nicht mehr gesehen haben und nicht mehr so bewusst verabschieden konnten, aber vielleicht ist das auch ganz gut so. Ich freue mich, dass du die Sache machst, dass du dich traust, für ein halbes Jahr nach Brasilien zu gehen und dass du so mutig bist, dass du dein Herz dafür gibst und dich darauf auch freust. Ich wünsche dir bei allen schweren Situationen ganz viel Kraft, Gottes Segen und einfach Mut, es durchzustehen. Ich denke ganz viel an dich, bete für dich und wir skypen. Tschüss!